So, hier haben wir den Angel, den Rüden. Der ist sehr vorsichtig, ein bisschen unsicher. Der guckt mich jetzt gar nicht an, wenn sie das drehen. Also, der liegt in seiner Mitte. Wenn ich jetzt nicht hier reinkomme, dann läuft er auch draußen rum. Ich wollte ihn mal zeigen, weil das ist wirklich wunderschön. Ist ein wunderschöner Galgo. Der hat wahrscheinlich nicht so tolle Erfahrungen gemacht hat mit Menschen, aber ist ein ganz lieber. Bestimmt bei Galgo erfahrenen Menschen wäre der super untergebracht, die auch Erfahrung haben. Und vielleicht noch mit anderen Galgos oder einem. Ein ganz lieber, süßer Kerl, aber leider sehr unsicher. Also, ängstlich. Es ist schwer zu sagen. Das muss man dann halt gucken. Muppi. Aber es ist wunderschön.